Es ist aber nicht so fröhlich, das drückt ein bisschen auf die Stimmung hier. Was ist, wenn wir denn hier wohnen, äh? Wie soll man denn da überhaupt glücklich werden? Und da nicht mal geputzt, Hamza? Es ist unmöglich, wie sie hier ihre Gäste halten. Gäste, nicht. Wie sie hier ihre Gäste halten. Hier ihre Gäste halten. Unmöglich. Das geht aber mal gar nicht. So, order man, wenn die lauter. Über alles. So. Gleich mal in der Zeit einen echten Ventilator ein bisschen. Einen ankühlen. Ankühlen. Ankühlen ist ein gutes Wort. Ich schreib jetzt du dir eh an, das müssen die sofort hinzufügen. Ankühlen. Nanu. Nana. Hopp. Hatte sie aber erst umgedreht und dankeschön. Hey du. Ich will sie hier raus holen. Gott sei Dank. Der einzige Weg raus ist vorne. Aber ich bin ziemlich mitgenommen. Ich gebe ihnen Deckung. Können sie laufen? Die Freiheit ist ein großer Ansporn. Und ob ich kann. Große Worte. Wenn der Weg frei ist, laufen sie zum Torhaus. Mach ich. Ich würde dir gerne wissen, was passiert, wenn wir auf ihn schießen. Heil. Heil. Rühren. Ich glaube, der hieß mal anders. Nicht rühren. Ja. Alles in Ordnung. Er hat etwas Nützliches dabei. Der da hinten. Okay. Ach nö. So viele. Es sind ein paar viele. Muss man ja mal so gestehen. Oh, wer hat eine Panzerschreck. Panzerschreck. Schrecklich toll. Ganz viele Panzerschrecks. Panzerschreck. Guck mal, was ich hab. Da ist jetzt natürlich niemand. Komm, wir schmeißen uns zu dem Truck. Wow. Bob. Aller mal zu dem Truck. Alle zu dem Truck. Natürlich zieht er uns. Da. Hinter uns. So. Bam. Irgendetraffer. Ähm, ja, der bleibt da. Wo steckt er? Bring den Angriff zu Ende. Bring den Angriff zu Ende. Du Schwein. Du Schwein. Nö, gibst du nicht. Denn sie werden gleich alle sterben. Oh. Bam. Keine Muni mehr. Ist okay. Komm, zeig dich. Oh. Hopp. Wir haben nicht mehr so viel Leben. Wir sollten mal in Deckung gehen. Da wurden wir getroffen. Genau von dem. So, Zielen fällt jetzt schwer, ne? Ähm, ich würd sagen, wir wechseln mal schnell zum Verbandskasten. Durch, kämpft das ganze Gebiet. Wir gehen da rüber. So. Uh. Und. Bam. Also ich wette, jetzt hat er uns aus den Augen verloren. Ha. Versteht er? Augen. Er hat keine Augen mehr. Ne. Okay. So. Und. So. Hat er bestimmt Kopfschmerzen jetzt. Aber wenn man auch die beste Medizin, das gegen Kopfschmerzen ist. Ein Schuss in den Kopf. Denn dann spüren wir nichts mehr. Nein, er hat bei euch deiner Position. Nein. Nein. Und. Oh. Alter, ist okay, Leute. Ist okay. Oh, das waren alle Schüsse, die wir für die Panzerschreck hatten. Ups. Ich dachte, wir hätten jeweils drei. Verdammt. Ja, das ist noch ein Gegner. Ähm. Boom. Linker fliegen. Linker. Lungenflügel, mein Lieber. Wop. So, den erwischtest du natürlich auch noch. Eine Kugel für ihn. Gratis. Oh. 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 Ha. Erst durch den... Alter, erst durch den linken Arm, dann... Also, linke Arm rein... Durch die Hand, durch den Arm raus und in die Lunge und dann wieder raus. Zeig dich. Ich... Njuu. Und. So, das ist er. Gratis-Taxi Richtung Hölle. Ja. Jetzt liegt er und wird sterben. Herztreffer. Attentakt. Komm, mein Lieber. Noch irgendwo jemand? Was wir mal machen, ist... Einmal da hinschießen. Da hinsch... Alter. Da hinschießen. Und einmal... Damit wir jederzeit drauf schießen können. Ach, ein Glück habt ihr nichts gegen meinen Gefangenen. Äh, gegen euren Gefangenen. Ich muss nur aufpassen, dass wir ihn nicht treffen. Woa... Sag mir doch, dass hier jemand tot ist. Bob. Hello, okay, die Pflaster ist drauf. Weiter geht's. Was? Falk mir. Dun-dun-dun... Dun-dun-dun... Feindlich erschrocken! Du. W lavoro. Aber wir haben noch hier ne nette Granate, oder? Noch showed. Nö. BOOM. Ha ha. Schön. Aber was wechseln wir...? Na 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 no na na na. Wechseln wir auf diesen Stein? So, ähm, klettere die Leiter hinauf. Folgt ihr uns eigentlich? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt ist es mir auch verdammt egal, was der macht. Ist jetzt mein Krieg. Oh, das ist ein Krieg noch. Können wir jetzt hier ab hier eigentlich sterben. Zwecklos. Nein, da können wir natürlich zu unserem Kumpel kommen. Ah, das wollen wir gleich sehen. Ich würde sagen, du bist gleich tot. Jeden Moment. Wenn ich die ein... Tschüss. Bäm. Ja, für den Führer ist jetzt gestorben, mein lieber. Dumm-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Wow. So, oh, hier haben wir noch Muni. M24 Granate. Klettere die Leiter hinauf. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Er hat es anscheinend rausgeschafft. Von hier aus sollte ich ihm Deckung geben können. Bitte mit Übertönung. Ah, Gewitter. So, den erwischt. Ne, man schießt noch von seinem Kumpel. Oh! Wir haben eine Dauerübertönung, das ist natürlich schön. Und wo wird geschossen? Das Gewitter ist da. Jetzt haben wir eine kleine Schuhe. Oh, das sieht geil aus mit dem Glitz, der gerade hier überall ist. Alles ist extrem hell jetzt. Durch den Blitz. Genau natürlich in der Sekunde des Blitzes geschossen. Oh! Schön. Der war gut. Beide fehlen. Vor allem ist es auch ganz geil aus. Der hat ein Seil drück jetzt gemacht. Und dadurch, dass das kein X-Ray-Camp war, da saß er auch gerade ziemlich geil aus, wie sie beide geflügt. Bumm! Einmal umgefallen. Nein, cool. Und du wirst auch gleich umfallen. Oh, Lunge, Herz. Das ist böse. Sag mir, von wo sie kommen, mein Lieber. Von da kommen sie. Tot. Ebenfalls tot. Die nutze ich einfach nicht ab, die Kamera. Jupp. Es sollte ja so eine Panzerschreck-Bullet-Cam geben. Die wäre ja immer geil, ne? Scheiße, mein Lieber. Wo seid ihr? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Danach. Die können wir da gerade kurz schützen. So. Jetzt stirbt er. Durch den Beinschuss. Weil er eh schon unfähig, äh, kampfhaftfähig geschossen wurde. Oh. Kurz unterm Knie. Es hat aber den Knochen anscheinend nicht erwischt. Ah, den anderen dafür. еще mit dir. Danke. Ja. Ja.